so ich habe schon mal vorbereitungen getroffen wenn ich alles richtig gemacht habe haben wir jetzt diese strecke ab hier dahin zu kommen so ist der plan wie gesagt nicht lang schnacken kopien danken viel spaß beim video oder hause darunter so 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 da sind wir ja wir fahren es geradeaus und jetzt rechts rum echt wenig licht oder so da bin ich doof wieso sehe ich denn hier kein licht so 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 da sind wir richtig kann ich denn immer hier weg machen da löscht er alles okay so dann machen wir also noch mal so könnte natürlich auch so fahren sieht so aus ob wir hochkommen so so ja wird schon schief gehen oh ja Das ist ein bisschen besser, ne? Ja ne ist klar, ja ne ist klar, die stecken fest, heiße. Oh, mit ganz viel Glück. Ja guck mal, ich hätte mich auch nehmen, ne ist egal. Ja guck mal. 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 Und jetzt soll ich mit der Karre da hochfahren? Das wird doch nie im Leben was. Ja. Ja, aber muss ich. Da hab ich bestimmt kein Dings mehr. Ich würd mir ja ganz ehrlich mehr Licht wünschen. Oh ne scheiß. Ist ja gar nichts. wir haben ja liegt okay einmal mit profis so ist die fragen der fragen es können wir werden wir nehmen noch wetten anschaffen wir so schaffen wir es nicht wir müssen konzentrieren und äh so und 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 Jetzt mal ohne Scheiß, wie soll ich denn da hochkommen? Das geht doch gar nicht. 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 Ohne Scheiß, du musst immer gegensteuern. Das geht doch gar nicht. Oh, wie war das mein Plan? Hier runter, ne? Ich hoffe mal. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das ist gut gemacht. Der Weg zum Ausliegspunkt war nicht einfach. Du hast es geschafft. Im Ausblick waren alle Mühe wert. Das stimmt. Das stimmt. Sieht gut aus. vom Foto-Modus wäre jetzt ganz cool. Finde Upgrades. Finde Upgrades. Finde Upgrades. Okay. So sind wir. Da ist was. Dann müssen wir den kompletten Weg wieder zurück. Okay. Also. Wir können jetzt bestimmt hier runter, oder? Oder nicht? Ne, da kippen wir. Punkt Okay. Punkt Okay. ok dann jetzt hatte man das immer mal weg so haben jetzt in den bäumen vorbei da 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 sind wir schon da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da ist es. Hat so geradeaus. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, war doch gut. Ja, guck mal, da haben wir das erste geschafft hier. Fünf von fünf. Das nächste Mal würden wir dann quasi das nächste machen. Das hier. Ich will mal so ein kleines, ja, wie soll man es sagen, Empfehlung. Ja, sagen wir mal Empfehlung. Es ist anders als SnowRunner. SnowRunner hat so seinen gewissen Charme. Keiner Meinung nach. Da bedeutet Schnee und so weiter. Sieht schon ganz cool aus. Es macht schon Bock hier mit den Dingen. Also es macht schon wirklich Bock. Und das jetzt gerade war ein bisschen schwierig, weil der war ziemlich leicht zu lenken. Das war schon ziemlich schwierig. Und die Aufgaben darf man nicht vergessen. Die waren leicht. Ich glaube, die waren alle leicht. Ich glaube, der stand immer leicht. Und ich bin jetzt gespannt, was hierbei rauskommt. Und es macht schon Bock. Also wenn man Bock hat auf solche Spiele hier. Und du hast jetzt so gesehen, um was es da geht. Wenn du meine Videos geschaut hast. Ich denke mal, 30 Ocken. Ich glaube, das kostet normalerweise 30. Ich schaue mal eben. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, 40 Ocken. 40 Ocken. Ich sage mal, wenn man sowas mag. Ein Euro pro Stunde. Ich denke mal, kriegt man schnell zusammen. Und jetzt schauen wir uns mal das nächste Kapitel an. Arizona. Aber jetzt nicht mehr. Heute nicht mehr. Schauen wir uns im nächsten Video an. Und dann wissen wir auf jeden Fall schon mal mehr. Ja. Du kannst ja mal deine Meinung schreiben, ob du dir das Spiel holen willst oder nicht holen. Oder vielleicht hast du sie auch schon. Vielleicht hast du es auch einigermaßen besser hingekriegt als ich hier. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich schon auf Arizona. Und in diesem Sinne. Tun nichts, was ich nicht auch tun würde. Hallo. Tschüss. Das hier"? Tschüss. Tschüss. Tschüss.